Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Livestream auf Twitch. Ich bin heute wieder nicht allein, ich bin zusammen mit Zeika und Sony und wir zocken heute, ich weiß noch nicht, wir zocken entweder Cry of Fear oder Payday, Payday 2, mal schauen. Nein, wir zocken Hello Kitty Online. Ihr wisst Bescheid, den Trailer habt ihr gesehen, war 1A, 1A, klasse. Also bitte sofort registrieren bei dem Spiel, bitte sofort anmelden, wir treffen uns direkt auf dem Server und lasst uns geile Katzen sein. Ja. Ja, ihr werdet jetzt gerade noch einen schwarzen Bildschirm haben, wir legen jetzt direkt los, ich weiß noch nicht, was zocken wir jetzt? Zocken wir jetzt Cry of Fear oder zocken wir jetzt Payday? Cry of Fear funktioniert nicht, Fatal Error oder so. Okay, dann lasst Payday zocken. Oh, sorry Leute, das ist mir so rausgerutscht, ich hab gerade gegessen. Sodel, dann machen wir mal Busy Payday, ne? Ja, Payday ist gute Sache. Ähm, yo, Payday 2. Ja, vielleicht zocken wir dann auf dem nächsten Livestream, Cry of Fear. Ich denke mal, das ist ein geiles Game, also erst recht für einen Stream. Und da sind auch viele unerwartete Schockmomente dabei. Oh, fuck me. Machst du ein Spiel auf, Michi? Ja, ich such schon im Crime-Name. Be the host, man. Be the host, man. Machst du gerade das Spiel auf, ja? Ja. Ich bin gerade bei mir in meinem Versteck drin und schau mir mal mein... Ach, stimmt. Könnte gewollt an. Versteck, ey, gute Idee. Da war ich, das ist so ein... Ja? Ich glaube, ich war noch nie da drin. Geh mal rein. Ey, ich hab 200 Millionen auf dem Offshore-Konto und dieses Ding ist einfach leer. Okay. Ja, was bringt dir dieses Offshore-Konto? Du kannst davon ja nichts kaufen. Was auf, also dieses... Du kannst auf dein Echt-Geld-Konto überweisen, wie in den letzten Patch-Notes stand. Und davon kannst du dir im Crime-Net Verträge kaufen. Oh. Spezielle Verträge, diese... Das, was ich gerade gemacht hab. Okay, nice. Ja, Leute, hier seht ihr meine geile Bude. Ähm, hier schlafe ich. Hier chill ich. Hier koche ich. Naja, ich bestell mir meistens was. Ähm, na, schöne Messer hab ich hier. Ähm, wo ist denn mein Geld? War hier nicht irgendwo so ein Safe? Gerade aus... Keller? Keller. Bei den Waschmaschinen? Ja, du musst... Die Statue. Musst du irgendwas reinlegen. Ah, okay. Keine verdächtigen Aktionen erlaubt. Ach so, ich stehe jetzt mal die Maske anziehen, lol. Geil. So, und jetzt? Ja, wie lege ich denn das rein? Ja, wie lege ich denn das rein? Gehst du zur Statue und schlägst das rein? Ja, ist ja schon auf, lol. Ist ja schon auf, lol, lol. Lol, hier ist mein Laptop. Ja, da hinten ist mein Safe, Leute. Da seht ihr das Geld. Na, ist jetzt noch nicht so viel. Aber ist schon ein bisschen was. Also, hätte ich das so jetzt privat zur Verfügung, wäre schon geil, ne? Würden wir dick Party machen hier. Livestream auf Mallorca. Mallorca, was willst du in Mallorca? Malle, Malle. Feiern, saufen. Keine Ahnung. Ah, saufen, feiern, aber einen Livestream dort machen wollen. Das passt irgendwie nicht. Ja doch, ein Livestream direkt. Wir machen eine LAN-Party, weißt du, direkt unten am Beach aller, mitten in der Party aller und wir setzen uns mit unseren PCs da hin und zocken. Da kommt irgendein Besoffener und schmeißt das mit deinem Bier bei deinem PC, oder was? Ja, egal, nimmst neun. Ja, dann schmeiß ich mal ein PC in sein PC, ey. Ja, und dann holst du neun. Alienware steht dann direkt nebendran mit so Kattungsrand voll, weißt du. Ein ganzer Lastwagen, oder? Oh, noch einer kaputt, hier hast neun. Ja, wir haben den nächsten. Jeweils fünf Titans drinnen macht nix. Okay, äh, spiel auf, Leute. Wie sieht's aus? Ja, ich wart auf Michi. Ja, ich auch. Ja, ich wollt nur, bis ihr da in einem Versteck fertig seid. Freunde einladen. Big Monk, Styler und Sony. Super. So, beitreten. Du musst das aktuelle Spiel verlassen, um dem Neuen beizutreten. Machen wir das doch mal. Spiel beenden, ja klar. So, wo war der in Weid? Äh, kannst du nochmal? In Viten? Nice. So. Ich muss mir mal ne neue Maske anziehen, ey. Hm. Was für ne Waffe hol ich mir? Ich glaub, ich hol mir einfach mal die Mosconi 1G-Flinte. Ähm. Äh, welche hab ich denn jetzt aktuell gerade? Äh, die hier hab ich. Du hast ja in deinem Tech-Tree geskillt, ne? Dass die Flinten bei dir besser sind. Ich? Ähm. Äh, um 50% verbesserte Genauigkeit bei allen Einzelschuss-Wachen. Okay. Okay, und dann hast du noch eins mit Magazin. Deine Waffenstabilität für alle Flinten wird um 25% erhöht. Da müsstest du noch eins haben, wo du deine Magazin-Kapazität erhöhst, weil die Mosconi-Flinte hat nur zwei Schuss. Ähm. Ja, 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 ich weiß, das hab ich aber, das ist ein Top-Tier-Skill. Ähm, und ich hab die Skill-Points nicht, ey. Weil ich wollt erstmal das toppen, dass alle 25% schneller ihre Panzerung wiederherstellen können. Sehr gut, sehr gut. Was eigentlich auch noch so geil er ist. Interagieren mit einem gegnerischen Taser, während er dich unter Strom setzt. Du setzt ihn selber unter Strom und richtet 50% Gesundheitsschaden an. Ist eigentlich nice. Lade. Ja, ich muss mal auf jeden Fall hier das Ding ausgillen, da. Dass ich da hier, ähm, die noch höheren Bullen übernehmen kann. Du hast ja schon komplett ausgeskillt, ne, Michi? Ja. Ja. So stimmt, wir haben jetzt ja sogar einen Spielerplatz verfügbar. Also wenn einer von euch gerade den Stream schaut und denkt, Och, ich hab Payday, Och, komm, ich zock mal mit. Und, Och, du solltest zufällig über 18 sein, dann kannst du uns sogar im TS joinen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du auch einfach so mitzocken. Und, äh... Ich kann mir einen Beuterabwurf-Laster holen. Also schreibt durch den Chat, wenn ihr Interesse habt. Oder schreibt mich direkt ins Niemann, falls ihr mich schon drin habt. Also ein Beuterabwurf... Hm, na, dann können wir von oben, von irgendwo rauswerfen oder was dann vielleicht. Ich hol mal alle Specialty, ich hab Schwedenbrennbarer Benzinkanister. Ach so schön. Nee, brauche ich diese Mucke. Das hab ich gar nicht, das ist bei mir verschlossen. Beuterabwurf-Laster. Ah, Digga, weißt du, wo der Laster ist, der Beuterabwurf-Laster, der ist auf dem Fenster hinten dran. Ah. Ey, wir müssen aber direkt reinrennen, weil Overkill ist in dem Level übertriebenes hart in dem kleinen Scheißraum oben, ey. Oh, ja. Wenn wir zu dritt starten, haben wir eine KI dabei, gell? Ich hab KI ausgebracht. Wir können ja mal versuchen, es zu stellen, und ich hab auf Privat gestellt, das kann eh keiner joinen. Das ist gut, weil falls dann doch irgendwie einen gibt, der hier im Stream beitreten möchte. Ich bin noch da, you're ready. Wollen wir mal versuchen, so relativ leise reinzugehen? Ja, soweit in den Club-Reichs geht. Ja, Benzinkanister. Ja, was machen wir denn? Dafür müssen wir ja Dings machen. Wozu brauchen wir Benzinkanister hier? Ähm. Oh, wie er schon ausrastet direkt. Aber ehrlich, was guckst du so blöd, Mann? Wenn der wüsste, was ich in meiner Tasche hab, hätte ich keinen Bock mehr. Wenn, dann könnte man die, glaub ich, irgendwo hinlegen, oder? Ja, die sollen wir ja da hinten auf die weißen... Auf die... Auf die? Dafür vorgesehenen Plätze legen, die du hinten siehst, die weißen. Ach, da können die nicht durch dann. Ja, wenn wir jetzt so sind, müssen wir da reinrennen. Na? Oh! Hast du das gemacht? Ja, wir haben uns eh schon gesehen. Hier, sammelt mal alles ein, was ihr sammeln könnt. Ich geh hoch und spreng die Türen auf. Okay. Ich zieh meine Maske an. Was ist das? Ey, warum hast denn du eine Maske auf? Ey, warum liegt mir so viel Strom um? Was ist das hier für eine Tür? Warum ist hier eine dicke Tür? Klickst du den Dings? Benzinkalender? Was? Benzinkalender, Alter? Den Benzinkalender? Ja, Mann. Ja, da hinten war eine verschlossene dicke Tür, wo man vier Dings brauchte, vier Sprengsätze. Deswegen muss ich mal auschecken dann. So, ich hab alle Geysel genommen, die ich nehmen kann. Aber wo seid ihr denn da hochgekommen? Ah, hier. Nee. Irgendwie nicht. Hier ist die Küche. Da brennt's. Hast du den Karnister gelegt, Daniel? Noch nicht. Ich will erst mal den Safe aufsprengen. Wo ist jetzt das Fluchtauto? Also das, äh... Oh mein Gott! Alter, hier ist Koks drinne. LOL. Ey, wo ist dieser Wagen? Wow, LOL, Leute! Ja? Ich hab'n Cop mit zwei Hits one gehittet. Äh, also... Was? Was? Heb mich mal auf, Mann. Ich bin da an. Da ist der Beutetruck. Ich seh' ihn. Könnt ihr mich auch heben? Ich bin da an. Hinten raus. Geh mal Dennis holen. Ich guck mal. Wenn du durchs Fenster rausguckst, siehst du ihn. Da kann ich aber nicht runterspringen. Das heißt, einer müsste rausgehen. Auf 10 Sekunden, wo bin ich tot? 9, 8, 7, 6... Ja, das ist jetzt Kacke, wo du stehst, Dennis. Da krieg ich dich jetzt nicht. Ich kann der Rest erst mal spectaten. Ey, wir müssen hier noch überleben irgendwo, gell? Ey, wie bitte hat mich jetzt der Cop mit... Komm her, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Wir müssen hier raus, alle. Das war ein normaler Club, Mann. Wir müssen irgendwo uns verschanzen, Mann. Ah! Der hat mich mit zwei Schüssen niedergestreckt, ey. Ja, das ist Overkill. Ja, aber das war ein normaler Officer. Also nicht mal ein Swat oder so. Stand vor mir, hat mich downgelacht. Krieg den Benzinkanister. Der ist doch schon gelegt hier. Nein, nein. Da musst du ihn legen. Warte. Ich hab keine Rüstung gerade mehr. Oh! Oh, es brennt, alle. Ah! Jetzt geh von der Seite, geh von der Seite jetzt. Ey, jetzt hab ich mich gerichtet. Alter. Wie denn brennt denn das jetzt, ich hoffe ewig. Für immer. Was ist mit der Tür hier, ey? Kriegst du die auf? Nee, brauch ich mehr Sprengsätze. Gibt's hier noch mehr Stash oder was? Hm. Anscheinend. Oh! Die sind ja hier schon drinne. Oh! Komm raus. Das ist das, das ist hier vier. Boah, ich fessel den DJ. Wohin gehen wir jetzt, man? Ah! Ich suche erstmal hier die Kassen in der Küche, Alter. Vielleicht haben die hier noch irgendwas dominatend, monatend mäßig. Ja, Mann, hier legt überall noch Geld in der Küche. Nimm das Essen mit, Mann. Da war Tequila, Alter. Willst du Schott trinken, oder? Oh, hier ist noch eine Kasse. Auf jeden, auf jeden. Alter, das ist zu hart im Overkill-Modus. Wir müssen irgendwie auf die Straße kommen, schon mal. Wir müssen uns schon mal auf die Straße vorarbeiten, ey. Oh, ey, ich bin direkt fast tot. Ja, das ist, das ist ja richtig hart, ey. Ey, Michi, wie kommen wir hier raus? Ja? Komm, wir gehen hier hinten über das, über das Pult. Warte mal, ich hab mal Munition gelegt. Mensch, wir kommen da raus. Wir gehen hinten über das Pult lang. Pass auf, geh in Deckung, geh in Deckung, du hast nichts mehr. Aber du hast kein Leben mehr. Steht direkt um die Ecke. Okay, und jetzt, äh... Komm, ich bin, komm her, komm her. Alter, wo war nochmal das Fenster? War das nicht hier? Oh, shit. Weiter, na, nach rechts. Oh, wir können Dennis aufheben. Da. Ehrlich? Ja. Komm, beeil dich, beeil dich. Wir müssen hier raus. Okay. Lol. Nice. Okay, komm. Komm, wir müssen hier raus, komm, wir müssen hier raus. Ich hoffe, das Fluchtauto kommt da, wo... Oh, lol, ich bin wieder in die Toiletten gerannt. Oh, ich bin hinter dir. Boah, was steht denn hier, Alter? Komm, wir gehen nach hier. Wann kommt denn das Auto überhaupt? Findet... Was? Findet den Tresor mit dem Geld? Alle, wir fällen grad voll, Jungs. Lol. Oh, das ist ein Taser, 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 Taser. Oh, der rennt auf mich zu. Mach die scheiß Türen auf. Alter, was für ein Say. Wir haben doch schon den Tresor mit dem... Alle... Ah, das ist ein Zusatz-Tresor, oder was? Ja, ja. Mach mal die ganzen Türen auf. Die wir da hatten. Ich hatte die Stellung hier an der Tür. Ja, ich kann die nicht aufmachen, Alter. Ja, doch, mit dem Border. Boah, ich mag dieses Taser-Geräusch überhaupt nicht. Ich hab ne Security-Card gefunden. Yo, nice, nice, nice. Ähm, wo sind die Türen? Die ist, glaub ich, hier irgendwo. Äh, äh... Hier ist eine, hier sind aber... Verdammte Scheiße, Mann. Oh, Alter, geht's in den Keller. Boah, diese dreckigen... Oh, ja, Mann. Ja, Mann, da ist der Safe. Oh, mein Gott, da bist du auf... Oh, lauf doch, ich bin getasert, Leute. Oh, nee, 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 nee. Ja, komm, wir kommen. Da sind mattig Leute hier. Wo bist denn du noch, ey? Ich wollte hier hinten Stellung halten, weil ich so viel kann. Aber es war nix. Na gut, die Taser-Mission... Oh, okay, ich bin wieder frei. Nice, nice, nice. Ja, komm, komm her, komm her, komm runter. Nicht springen, oh. Oh. Alter, das haben die ja auch geändert, die Mission jetzt, ey. Das ist ja sauhart. Bleiben einfach hier unten, gucken auf den Eingang und schießen uns den Weg frei dann. Ja. Wen haben die denn hier gefoltert? Oh, hier ist noch eine Schließkassette. Ja, hier ist Geld, die ich aufheben kann. Ja, Mann. Boah. Ey, na, wir haben echt zu lange nicht mehr gespielt nach dem Patch, kann das sein? Ja, irgendwie, ne? Ja, weil früher gab es nur den Safe da oben. Aber hier gab es noch einen Raum, in den man rein kann. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind seit acht Minuten im Spiel und wir kommen zuvor, als wären fast keine Bullen hier. Ja, weil wir die Eingänge gesperrt haben im... Wo kommst denn du her? Ja, Mann, komm, ich mach jetzt so einen Private Dance für euch, oder? Boah, Flash Raiser, ey. Geht nicht hoch, lasst sie runterkommen. Ich laufe einfach nur in den Namen, äh, in die Richtung von eurem Namen. Was ist Stiel? Stiel, tot, ein Stiel, tot. Ein Stiel? Besenstiel? Ein Stiel? Besenstiel ist tot. Ja, Mann. Schrubber down. Ja, das kann's knicken, da durchzukommen, ey. Na, ist von hinten geht. Boah. Warum fress ich schon mal die ganzen Flashes hier? Oder so. Ich bin alle hier runtergefallen gekommen, wie so Idioten. Ja, komm, Scheiße. Ja, komm, Scheiße. Hast du niemanden hier auf... Oh! Ja, ich hab schon aufgehoben. Da ist, da ist ein Dings. Bulldozer. Oh, ne. Markiert hier. Ah! 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 Alter, zwei Schüsse. Boah, ich war ernsthaft down. Auf'n Kopf, Mann. Scheiße, ey. Ah! Ja! Keine Money mehr. Shit, Mann. Ey, was war denn das jetzt? Wir haben... Wir haben halt voll gefällt, ey. Jetzt wissen wir wenigstens was wir machen sollen. Aber du müsstest jetzt noch mal ein Dings holen. Ja, war schon. Damit wir, ähm, das Koks direkt wieder... ...einsacken können, ey. Das war schon hart jetzt. Aber du hast sowieso gefehlt, die ganze Mission über... Ja, irgendwie schon, gell. Ja, ich muss erstmal warm werden, ey. Er hat bestimmt schon heimlich gezockt. Ja, ich hab den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Ich hab mich so gefreut auf diesen Livestream. Ich brauch erstmal ein bisschen Zielwasser. Extra Driver. Beutelaster. Miese Mucke. Alter, du musst doch keine miese Mucke holen, ey. Schwerbrennbarer Benzinkanister. Das kostet alles nur 1.000, 2.000. Echt? Ich hab Peanuts. Munitionsbeutel. Ja, wenn du das geskillt hast, dann sind die ganzen Dinger voll... ...voll peasy man easy. Okay, also wir machen das so. Okay. Ähm. Go, go, Dennis. Okay. Du musst wieder die Schlüsselkarte suchen, Michi. Ja, die Wachen droppen die... Okay. Ähm. Dann... Dann... Geh mal runter in den Keller direkt. Ich tu oben aufsprengen, werf alles in den Kokslerwagen rein. Ich versuche erstmal so da rein zu laufen. Nehmt ihr euch die Benzinkanister dann und ich versuche mal rein zu gehen. Ja, dann... Soll mich mal nicht so blöd angucken. Oh! Okay. Auch neu, dass die Türsteher dich entdecken. Cool. Ja, doch, klar. Wir müssen mal Geisel nehmen. Ja, ich... Oh! 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 Geh ich die Tür hier unten jetzt auf. Kill Wachen, guck ob irgendjemand in der Dings verloren hat. Schlüssel oder so. Na, Schlüsselkarten. Da kommen sie schon, die Lixer. Da, ich hab ne Schlüsselkarte. Okay, mach erstmal unten den Safe auf. Also unten die Tür zum... zum... zum Keller. Habt ihr alle Geisel genommen, die ihr nehmen könnt? Tür ist offen. Gar nicht. Mach das mal ey, das Overkill ohne Scheiß, dann macht das echt was aus. Soll ich denn aufsprengen oder drillen? Spreng denn. Wir haben was mit dem Koks? Ja, dann... das... Drillen wir dann auf, ist... Ne, wir drillen das hier unten auf, weil da hier haben wir einen besseren Schutz als oben. Ja, stimmt auch wieder. Okay, wir müssen aber die Tür noch irgendwie hier aufkriegen. Na, fang mal an zu drillen. Ja, aber ich will doch... Ich will ne Karte haben. Hier ist ne Karte in der Tür, ne? Okay, kann man nicht rausnehmen. Ja. Eigentlich, gell? Eigentlich, ne? Ja. Ja. Sucht mal, ob wir hier irgendwas finden könnten. Und legt mal einer noch die... Wenn's die kann, ist da... Oh, shit. Siehst du, wie schnell das geht, alter? Ich hole ihn schon. Hinter dir auf, oben, zweite Stock. Boah, gib Bedeckung, gib Bedeckung! Boah, jetzt bin ich da und jetzt hit mich auf, alter. Shit, man, ey. Wir sollten hier nicht im offenen sein, Mann. Wir sollten hier nicht im offenen sein, Jungs. Ja, wir müssen die kommen lassen. Geht, geht zurück. Boah, die Mucke ist so geil, Alter. Ich könnte direkt abdancen. Hey, ich hab schon fast kein Leben mehr, gell? Das... Ich brauche jetzt schon wieder Medikit, das ist ja die Oberherde. Hast du nicht eins dabei? Aber jetzt schon, weißt du? Das Ding läuft erst drei Minuten. Da, wo du das Medikit gelegt hast, liegt auch ein Ding drinne. Waffenkiste. Okay. Äh, Munitionsbeutel. Ey, yo. Ich bin blind. Oh, fuck. Ich renne nicht ins Feuer. Von hinten, Alter. Boah, aus der Küche, die Wichse. Okay, die Tür oben ist in acht Sekunden. Guck mal, einer Küche, einer Flo hier. Ich guck Flo, einer Küche. LOL, der hat mich schon gebackt. Was? Hier ist auch ne Tür, Daniel. Wenn du in die Küche rennst, kannst du hier nen Bohrer anbringen? Ja, gleich, ich will das Koks erstmal sichern. Oh, der Safe ist nicht mehr hier. Nein. LOL. Dann knack mal die andere Tür in der Küche. Ja. Aber zumindest können wir das Geld dann ins Auto gleich reinwerfen, dann. Dann kann ich die auch sprengen jetzt, die Tür, Alter. Ne, wobei. Wenn da ein Safe ist, dann... Dann lieber den Safe sprengen. Safe unten hat noch 20 Sekunden. Okay. Dennis, komm mal zurück. Wo steht denn das Auto? Direkt, das kann man oben erreichen vom Dings aus. Ah, von dem... Von dem... ...Büro. ...Office. Von dem, ähm, äh, Office. Wo ist Muni oben, habt ihr gesagt, gell? Ja, ich muss auch Muni noch holen, ey. Oh, hier ist das Koks drinnen. Oh, sechsmal. Oder? Nice. Ich bring's, ich bring's direkt hoch. Dennis, defend mal hier. Ja. Wo ist das Auto? Wo ist der Wichser? Keine Ahnung, Mann. Ich starte den Bauern mal hin. Da kommt er, da ist er! Ah, okay, ich wollte das andere Zeug. Ja. Ja. Komm, ey. Alle, ich glaub, wenn die ersten Bulldozer kommen, sind wir voll am Arsch, ey. Boah, dieser scheiße Bohrer, Mann. Transportierst du auch Koks, Dennis? Ne, grad nicht. Ich mach Bohrer, klar. Ne, ne, die Dings. Geh noch einmal runter, Michi, dann haben wir alles an Koks. Okay. Ich glaub, das scheißtein noch. Noch 90 Sekunden. Bohrer in der Küche. Ja. Boah, die kommen jetzt hinten rein! Achtung! Oh, fuck, 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 fuck. Ich geh down, ich geh down, ich geh down. Oh, mit Schild und alles? Ach du Scheiße. Ich bin so blind. Ey, verpiss dich, du Kakschild, Mann. Ey, mach mal das Schild hier. Bulldozer, Bulldozer, Bulldozer! Ich. Oh, Bulldozer hat mich down gestreckt. Okay, ich bin down. Bulldozer ist down, aber hebt mich auf, hebt mich auf. Oh, 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 oh Da brauchen wir was schnelles Wir müssen das Feuer später legen Holst du's Koks? Ja ich hol's Ja wir müssen das echt später machen, das muss man sich aufheben Hast du's? Ah Leute, das ist... Ah Scheiße Ne Oben sind aber... Ich mach oben frei Ne, du brauchst mal einen Medikip, Alter Boah Bullen drinne, hier Taser, Alter Uiuiuiui Da ist irgendeinen Typen, ich weiß nicht wo, Alter, in dem Raum, Alter Ey, ich lege hinter euch auf dem Boden, gell? Ja, Leute, wir gehen schon auf Oben oder was? Ja, auf der Treppe Warte, ich kümmere mich um das Schild Irgendwo ist hier einer, Alter Alter, wer... Wer ist denn da? Boah Flash, Alter, Flash Nein, und da steht ein Schild irgendwo vor mir Dieser Pisser, Alter Guck mal, dieser normale Bullen brauchen zwei... Bullen, der kämpft hinter der Couch Hab ich, hab ihn schon Die normalen Bullen brauchen zwei Schüsse, um dich down zu kriegen Ja Das ist so hart Ja, wenn die genau vor dir stehen Auf, werf das letzte raus Wo ist denn hier Munition irgendwo? Ich könnte hier oben was... Ne, warte, nicht hier, nicht hier Was geht denn mit dem zweiten Raum eigentlich? Ist offen, ist offen, ist offen Hier ist ein Safe, hier ist ein Safe, ich spreng ihn auf Okay Ey, wir müssen das jetzt noch schaffen hier rauszukommen, Alter Ich hab im Safe-Raum, wo wir ihn sprengen, Munition gelegt Okay, Mann, ey, ganz ehrlich Wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, acht Säcke sind, dann nehmen wir nur vier Boah, hier gibt's ne Tür zum Aufsprengen, hast du noch drei? Ne, ich hab nur noch einen, leider Oh, shit, weil hier gibt's nämlich nen kurzen Gang Oh, shit, Mann Bei nur, zweimal nur Auf Wir bringen das Geld direkt hoch Da vor der Tür ist jemand, glaub ich Oh, alter, alter, alter Ist da oben jemand? Ich hatte hier einen eben übernommen, aber jetzt ist er tot Okay, das Geld ist drin, ne? Oh, ich hab auch kaum noch Muni, hast du noch Muni? Kannst du legen? Ja, im Safe-Raum, wie gesagt, da haben wir gelegt Ähm, wir müssen hier irgendwie raus, hab ich's Gefühl, oder? Ja, wir müssen erst mal gucken, wo der Fahrer landet Ähm Wollen wir mal hier warten? Oh War noch ne Wache Jetzt aber ne, okay, hier ist ne Sackgasse, aber vielleicht ist die gut zu defenden Ja Oh, guck mal hier Ah, okay, dann kommen wir hier wieder raus Oh, guck mal, hier liegt noch Geld Boah, von ihren geheimen Pokerun Boah, da kommt ne Wende, Leute Boah, da kommt ne Wende, Leute Ah, la, la, la Wollen wir lieber Oh 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 Oh, geflashbanked Ich hab geflashbanked Ich hab gecleared Bis auf allen Boah Oh Boah Oh Oh Oh, das liegt so besser, Alter Oh, hier liegt noch, gell? Ne, Karten Ja, Karten Nein, im Match, spielen wir im Order Mama Ja Ähm Ich weiß nicht, wenn Vielleicht sollten wir probieren Ey, hier ist grad nichts los, gell? Irgendwie nicht, ne Komm, lass mal zum Eingang gehen Vom Eingang her ist es glaub ich einfacher Ja Haltet euch bereit, okay? Ich hab nur noch halb Leben, ja wir haben alle Ey, hier ist komplett frei, hier ist komplett frei Nice, 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 nice Boah, da kommen sie schon Auf, kommt mal den Eingang raus Hier ist gar nichts, die volle Krasse ist frei Boah, lauf, lauf, lauf Ich hoffe, dass er hier kommt, ich weiß es aber nicht, aber Weil früher ist er immer hier gekommen Hoffen wir es, ey, nicht auf der anderen Seite vom Gebäude wie letztes Mal da in der Stadt, in der Endschlitz Wenn wir außen rumlaufen können, dann wirds gehen Kommen, kommen, Schild, 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 Schild Boah Und ein Taser Oh, wir müssen die Schilds downhauen, Alter Blankieren, Mann Ja, Mann Was? Wo ist das denn? Na, hier hinten Boah, keine Money mehr in der Rifle Wo seid ihr denn jetzt, alle? Wir müssen rechts lang, wir müssen rechts lang Senkt die Schilds ab Jetzt dreht sie mir um, jetzt dreht sie um Ja, Mann Das sind wohl doch Renn, rennt, rennt, er hat nur ne Pumpgun, der kommt so weit gar nicht Boah, lauf, du schlampe Lauf, Alter Oh, ne, ich dreht schon mit, ey Ja, wie sich die Tür automatisch von Geisterhand öffnet Und da sind wir, Boah Auf, rein hier, rein hier, ist noch Platz, Alter Komm, go, go, go Boah, nice Hat sich das jetzt auch geldtechnisch gelohnt? Keine Ahnung Erbeutete Gegenstände Oh, du wirst ihn, wie ein realer Russischer Ha, wie ein realer Russischer Geht Im Redium Geht Geht Aber für den Arschvoll Arbeit ist das ziemlich magere Ausbeute, muss ich mal sagen Wann? Na gut, aber die Bullen-Präsenz war auch nicht so krass wie bei den meisten anderen Missionen Loll Deines Geldbonus bekomme Wähle neuen Vertrag Crime.net Ähm, Brandstifter Uh Auf Overkill Vertrag kaufen 2,6 Millionen kostet dieser Auftrag zum Kaufen Ähm, Spieleinstellungen bearbeiten, da dies jetzt Overkill ist, werde ich Privat und Freunde disablen und werde dieses öffentlich machen Digga, wie wollen wir denn zu dritt das FBI-Gebäude machen? Ey, aber guck mal, wir haben das eben auch geschafft, zu dritt Hast du im alten... Hast du im alten... Ja, aber da war ja nichts los Ja, ja, aber guck mal, wo wir das... wo wir das letztes Mal das gemacht haben Oh, wer ist Hannibal? Lector Ja Hast du das Spiel offen gemacht, oder was? Ja Okay To Overkill ist dann schon Ja, sollte dann doch schon sein, ne Ähm, ähm, ähm Hast du Ammo freigeschaltet? Mhm Ich schalte einfach alles frei, weil es so günstig ist Ich brauch mein Geld momentan eh nicht mehr Nein, nein Ich hab alles, was ich brauch Einzige, was ich mir von dem Geld holen kann Gokkau, Dennis Ja, man, bin ich nicht ready, alle, was ist das? Ja, man, bin ich nicht ready, alle, was ist das? Oh Oh, wir sind geschossen, ey Gut, dass die alle taub sind hier Soviel zur Stealth-Mission Also nochmal Leute, wenn einer von euch dabei ist, der per der hat und mitzocken will, schreibt in den Chat. Warum haben die uns entdeckt? Irgendeine Kamera piept hier. Und da kommen wir aus der hintersten Ecke. Oh, Police coming in hot, sagt er diesmal sogar. Schade, dass man nicht durch die Autoscheiben schießen kann. Alter, was willst denn du hier, Junge? Hallo, 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 hallo. Mach mal langsam hier. Alter, Alter, jeder mich da ungerobbt hat, ey. Ey, ich bin mit nem Nachladen, man, der soll mal Pause machen. Ich mach hier alles ready und leg die Säcke hier vorne hin. Ich lauf schon mit dem ersten Sack, so richtig? Ja, ja, ja. Chop, chop. Ah, Bulldozer, glaub ich. Hä? Ich hab zumindest ne Pumpgun gehört. Ja, das kann auch meine Explosion gerade gewesen sein. Ne, ne, ich hab schon Chik-Chik gehört. Alter. Da, der Hannibal hat den automatischen Turret dabei. Da kommen einige. Nice. Da kommen einige. Oh, ich hab schon nen Taser. Ja, Hannibal, was machst du denn da drinnen in dem Ding, Alter? War alles, glaub ich. Alles ist offen, alles da. Lol, die Deagle one-hitted dich, Swat-Einheiten. Nice. Na, die Deagle ist schon fein. Okay, ich spreng auch was rüber. Oh, Taser, Taser von links. Oh, warte, ich wüsste mich jetzt genau. Oh, da ist so'n Dicker. Konzentriert man das Feuer auf den, ey. Der muss nicht unbedingt hier rüber zu uns kommen. Oh, oh. Verreckt doch, Alter. War's das? Ja, Mann. Dicker, fetter Rückzug, Alter. Pass auf, Bulldozer ist bei euch mitten im Weg, ne? Ja, ich lauf hinten rum. Boah, hier ist ja direkt ein Schild, Alter. Was geht denn hier, Abmann? Dann zieh dich zurück. Ja, ich bin noch in der Halle. Ja, raus, raus aus der Halle. Denn, Michi, hinter dir. Hinter dir von hinten. Die kommen den Weg. Oh nein, ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr, Alter. Scheiße, Alter. Alle hier. Ah, da ist schon in der ersten Sack, ey. Harte Scheiße, ey. Ich bin mit einem Millimilimilimilimilimilimeter noch davon. Da ist noch ein Sack. Ich hab einen Sack. Ja, aber im Hangar liegt noch ein Sack. Oder? Ne, da ist noch einer Fünf Da ist noch einer Ja Mann, warum liegt denn da noch einer? Ich hole ihn noch Holder's down Endlich, Alter Lass du das alleine? Vielleicht Weil ich muss einen Muni holen, kurz Warum kann man hier nicht auf die Steine, Mann? Was ist das für ein Schuss? Wir halten mal den Weg zurück frei Und wir lassen zwei Shields rennen auf uns zu Oh, der kommt hoch Was willst du denn hier, Mann? Ich hab doch kein Leben mehr, Alter Boah, ich kann nicht mal hier in den Baum laufen Das ist schon leer, ist schon leer, by the way Das haben wir jetzt alles Das sind aber diesmal nur sechs in diesem Dingsmodus Oh, wirklich kein Modus Ist auch genug Ja Hector will move his army now And we will have a very fine payday indeed And we will have a very fine payday indeed So, Vorteile Kameraaufschaltung Baumanet, wir rushen da hinten Stap 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 Wir machen aber kein Stap Einfach Stap Einfach durchschlaufen Einfach durchschlaufen Ganz kein Englisch, denn das heißt Stap 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 Mit PH Und Y G て Tja B Und łada Danke Ich check gleich mal ob die Aserbatenkammer zu bieten hat Oh, da hinten ist ein Questgeber Was für eine Quest bietet er denn? Level 1 Level 1 Quest Jetzt ist Quest erledigt Jetzt knack nicht die Tür, ich hab das Fenster schon eingeschlossen Eingeschlossen? Wo hast du das eingepackt? Alter, schieß mal auf, schieß mal auf Awww Das ist fun Rennst du danach gleich hoch? Ich kümmere mich hier unten mit Dennis, Hannibal ist mit dir oben Ja, gebt euch Pauks Koks, Alter Ist da schon was hinter uns? Ich seh's nicht Auf, komm, wir legen das ins Auto, Dennis Ach, die Scheibe kaputt, ey Oh shit, das wird ein ziemlich heißer Run Oh, schnell, schnell Go, 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 zieh und zieh, zieh Ich schwerf dir das Koks da hinten hin, ich lauf schon zurück Ich hab sie Oh nein, voll gefällt, Alter Oh Dennis, die ficken dich Uuuuh Okay, mehr down, zwei down Komm, komm, komm Wir holen noch mehr Hier, Dennis, ich hab dir da Koks hingeschmissen Nice Ich hab'n schon für dich eingepackt Kriegt ihr hin da vorne, ja? Ja, ja, wir sind fast fertig, wir schlagen gerade die letzten zwei Säcke Uuuuh Oh Loool, loool, was ist denn das für'n Ding? Oh, Taser-Geräusche, nein Loool, der hat hier ne Tür mit dem Koffer, Alter Das ist ja geil Ja, Mann Oh, oh, oh Geht's euch gut, Alter, irgendwie? Oh, irgendeiner klickt getasert Schieß ihn ab Hilft ihm doch mal Boah, ich warte mal Warte, ich wölf dir den Dings zu, Dennis Für'n Sack Da ist drin Oh, nice, Alter Okay, kommst du wieder? Ja, ich versuch's Das ist alles voll los Boah, sein Turret räumt voll auf, Alter Der hat ja mehrere von denen, gell? Ja, zwei Stück Ja, einschnitt hier hinten beim Raum direkt, Alter Geht voll ab, das Ding Boah, Damage Da ist ein Dings, ein Pettack Hinter dir, Dennis Boah, Bulldozer Boah, geil Ja, aber das ist gut, Mann Wenn ihr da vorne kämpft, ist hier hinten nichts los Die Deckung hinter dieser Hinter diesem, äh, Busch hier ist Brillant Oh Okay Von der Flash jetzt, äh, dieser Busch an nicht, aber Bulletproof Busch Ich wär Bulletproof Busch Boah, da von links Daniel, dir geht's da drin gut? Ja, ich hab hier fast gar nichts Chill Ja, der ist auf euch gezogen Geil Ja, wir können das hier so halten, ey Ja, haltet es da vorne am besten Hier hinten ist es richtig gut gerade Aber noch 73 Sekunden, Mann Könntes auch mal so langsam dann Muni legen, glaub ich Oder warte, ich hol mir welche Ich versuch's Boah, ne, die liegt außerhalb von Ich hab gelegt Von links kommen sie hier von der Straße Oh, oh Boah, Bulldozer, Alter Was ist denn da schief? Nein, kein Nein, schieß mich nicht ab Schieß mich nicht ab Boah, keine Muni Keine Muni, Alter Na warte, ich muss nachladen Alle, ey Ey, was war denn das jetzt gerade für ein Strike Run hier Könnt ihr den Shield-Typen und rü- Boah, Bulldozer Boah, ich hebe Hannibal auf Nein, ich hebe ihn nicht auf Nein, ach, was mach ich hier Dali, du musst reißen Dali, du musst es reißen Dali, du musst es reißen Kann nicht immer glatt laufen Kann nicht immer glatt laufen Etappe wiederholen Go Baby, go Baby, go Baby, go Baby, go Baby Und damit Titten wackeln So, bereit Aber sein Turret ist gut Das hat draußen so aufgeräumt Da sollen wir beide draufhören, Stan Wir müssen uns mal alle lernen Das Geld Da stellen wir alle zwei Turrets auf Die FBI Temp Office ist across the street Alter, wie kann man hier nochmal chatten, Alter? Oh, da Keine Ahnung Oh, oh Oh, oh Lol, links war auch noch einer Oh, geil, komm, da ist was drin Aber nur eins, glaube ich Ja, Mann Schade Dann hol's Ja, auf jeden Fall Ich nehme Koks Koks nehme ich mit Nur eins Brauch ich gar nicht ans Auto rennen Ich kann das auf meinem Rücken tragen Das macht mich nicht langsamer Das ist gut Bist du so oder so zum Auto? Ich muss mir auch unbedingt die Deagle holen, ey Der Revolver gefällt mir ja schon ganz gut Ja, Deagle ist besser, ne? Schadenverhältnis Oder Ich meine, ja, das ist die Mit den meisten Schaden, meine ich Okay Ja, Deagle Aber der Revolver hat mehr Style Ja, eigentlich schon, aber Deagle ist nicht mehr selbe To, Judo, hast eh den langen Lauf Für die Deagle noch bekommen, Alter Nur mal fünf Schaden mehr, oder was? Tja, das ist ein langes Ding Ja, oder wollen wir jetzt drinnen bleiben, oder was dann? Naja Naja Moment Oh! Ich hab's Koks weggeschmissen Dann hab ich jetzt mal ein bisschen Spaß hier vorne Also das ist noch das Video, was wir gesehen haben Und mich hier mit diesem komischen, äh Diesen Pyromanen-Typen da, der irgendwie voll abgefuckt war Der da durch die Häuser gerade laufen ist Und hat über Sprengsätze gehabt Und hat dann die SWAT-Anhalten gelockt Zu den Sprengsätzen Ne Okay, das kannst du dich nicht mehr daran erinnern Wahrscheinlich Aber so fühle ich mich gerade mit dem ganzen C4, was ich hier rum platziere Boah, ich hab direkt in die Flashbank geguckt Die landet vor mir, ich guck was es ist Ey, ich werde selbst vor dem Monotaur blind nach dem Scheiß, ey Boah, das flasht echt Also ich bin selber dann geflasht, Mann Ich muss einfach die Augen zumachen, ey Das brennt ja richtig in den Augen, ja Boah, woah, woah, so ein fetter, so ein fetter, alle Oh nee Ja, schieß mich doch Ich helfe ihm auf, ich helfe ihm auf, mach weiter, mach weiter mach weiter, ich helfe ihm auf Ich bin schon halb durch Ich bin schon ganz durch Boah Taser kommt hoch, alle Scheiss boah bulldozer wo wo die treppen oben wo was wo der fd ins gesicht ihr scheiß bohrer alter wie das tut es schießt erballert so bekloppte nein was habe ich auch gerade gemacht aber ich bin fast tot eine minute Pfff! Pfff! Oh, dieser verhurte Bohrer! Ja, ich bin schon dran. Du kannst ihn ja mit deinem Skill schneller wieder Funktionstisch machen, ne? Ich hab alles geskillt, was den Bohrer angeht. Okay. Ich hab auch geskillt, dass er sich selber wieder aktiviert und so'n Scheiß, aber das geht halt nicht immer. Oh, die kommen von hinten, von der anderen Seite. Ich will den übernehmen, kommt schon. Oh nein, warum schießt der denn ab, der Idiot, Alter? Ja. Wo gehen wir raus? Über rechts wieder? Oh, da kommt so'n Fettsack. Boah, 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 ich bin down. Bulldozer, Alter. Ja, der hat sich zurückgezogen. Der ist doch besser, so. Für ihn. Auf jeden Fall. Hör mal, ich muss mal den Munitionsbeutel nochmal anfassen. Ich bin auf dem Weg raus, gell? Ja. Oh, wir sind hinter dir. Oh, rechts ist gerade Clear, so gut wie. Da ist der Sniper. Da war ein Sniper. Hier nur was zum Aufrichten. Ah, schade, dass hier jetzt nicht zu viel Krux drin war. 270.000 gibt ein Beutelkoks, gell? Das ist gut. Ja, total professional, Alter. Einfach mal so'n FBI-Gebäude reingerannt und alles abziehen. Aber das war gut, ey. Das war gut, Mann. Wir haben aber knapp ne Million verloren, ey. Dadurch, dass wir nicht so viele Koksbeutel hatten. Ja. Ja, vorhin war'm besser. Ja. Wenigstens hatten wir noch die 270.000 dabei. Das ist noch ne Viertel Million, ey. Das ist doch Peanuts. Aber kann ich mir meine Fixkosten bezahlen, die ich im Monat hab? Ich schrei. Ja. Ganz Nutten, Alter. Ja. Überleg mal, wie viele Nutten das sind, wenn du 250 Millionen... Denkst du im Brot oder mit? Oh, ja, Mann. Aber dann müsst ihr... Ja, Mann, ich werd jetzt schon entdeckt, ey. Von irgendwas, von der Bank drinnen, ey. Ja, Leute, könnt ihr mal kurz, äh, schreiben, ob's bei euch laggt? So, die Übertragung. Wenn ja, schreibt einfach mal in den Chat, dann weiß ich Bescheid. Dann mach ich kurz ne Streamleuchter. Wie einfach die Leiche zwischen die Autos wirft. Ihr macht oben, achso, ne. Das könnt ihr oben alleine machen, gell? Ja, wir müssen oben. Nein, wir brauchen den Trill. Ach, bohren, gell? Leg mal den Bohrer aber hier hin. Weil ich will eh unten rein. Weil unten ist direkt die Tür. Okay, geh weg. Alle zwei Minuten müssen wir jetzt warten, oder was? Hatte der Typ nicht die scheiß Codecard dabei? Hatte ich nicht. Ne, hat keiner dabei. Guck mal, hier liegen Bretter. Hab schon eins dabei. Ich warte hier an der Tür auf jeden Fall dann. Ne, wobei lieber nicht, da kommt jemand raus, wenn die Tür offen ist. Dach warten. Oh. Dennis, Dennis! Ja, ja, ja. Du willst den Deck? Du willst den Deck? Nein. Nein, das war der Hannibal, Alter. Achso. Oh, Mann, ey. HC4 dran. Mach die Scheiße auf, alle. Ah, ich brauch nen B, oder? Ah. Ich hab gleich den Check vor, oder? Und da geht. Oh, nein, nicht mehr. Ah, die Bank, die ist vertraut hier. How can I here leg, eigentlich? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, die kommen von rechts. Zwei Schild. Das war's. Noch läuft's ziemlich entspannt, ey. Müsste mal wieder die Automaten aufmachen können, ey. Das war's. Bulldozer, 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 in der Bank, in der Bank, in der Bank. Haut ab. Boah, 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 Schaden. Boah, 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 bo Da, übernimm ihn, Dennis. Ja, Mann. Mach das Schild. Boah, nachladen. Mehr Shields. Hazer. Boah, ich lauf, ich lauf. Wo ist Muni? Hier ist Muni. Hä? Loll, der hat mir nur 16 Schuss gegeben. Das Teil war anscheinend schon ausgelutscht, ey. Ja. Toll. 7 Sekunden. Hilft ihr, ich mach das in den Raum. Oh, nicht alle reinrennen jetzt, alle. Nice. Boah, die Geld. Boah, ich bin geflashbanked, Mainraum. Super, danke, Malu, für die Antwort. Oh, ah. Okay, es brennt. Oh. Bulldozer ist fast down. Ich muss ja die Muni holen von den anderen Typen ins Haus. Ich glaube, wir haben den größten Ansturm gerade überwunden, ne? Ja. Ja. A few more grey hairs. Oh, da kommen ein Squad. Oh, ich dachte eben, der Paco ist ein Gegner. Nice. Geil, wie unsere übernommenen Polizisten da an den Fenstern stehen. Ja, die geben sich richtig. Das ist richtig geil. Jetzt kommen wir hinten raus. Nice. Schön hinten durch. Das ist natürlich noch besser als ein Turret, ne? Eigentlich. Aber das bewegt sich. So, komm, das wird... Easy, easy. Scheiß, Gezer. Okay. Ge-geell. Das hat gerade einer im Stream gefragt, ob wir mal Call of Duty Modern Warfare 2 zocken können. Komm ich nicht mal. Das hast du doch, man. Michi, wir haben uns das zusammengeholt. Model Warfare 2. Ja. Mit Enrique sogar zu sind. Oh shit, wie viel XP, ey. Fast ne Million Bargeld. Das wär mal ein Ding, Alter. Das könnten wir auch mal zocken. Das ist ein guter Vorschlag, ja. Ich mein, äh, Dings hier, Daniel. Das kostet vielleicht ein Fünfer, weil das ist schon wieder drei oder vier Teile her. Taktisches Lasermodul. Ah, ne neue Maske. Krumme Touren. Ja, voll der, voll der Monkey, ey. I'm the Monkey. Ja, aber das ist schlecht, wenn wir Call of Duty spielen. Ah, nur, ne, ist gar nicht schlecht. Die sehen ja nur deine Moves. Ah. Sieht man nicht, wie schlecht du selber bist, gell? Ne, da sieht man meine Pro-Moves. Ja, ich guck immer, äh, ordentlich, äh, und... Ich guck immer schön aufs Scoreboard, also alle fünf Sekunden, ey. Ah. Ja, ja. Ja, ist einer da, der gerade zuschaut und mitzocken will irgendwie, zufällig. Dann jetzt schreiben. Jetzt gerade haben wir ein neues Spiel. Okay, keine Freiwilligen. Dann legen wir los. Oder wollen wir mal kurz Pause machen im Stream und was gucken, ob wir was anderes spielen können? So wie Cry of Fear oder so, dass wir das fixen, dass wir das hosten können. Cry of Fear, ja, das wär... Machen wir mal kurz zehn Minuten Pause und fixen das Ganze, dass wir das zocken können. Weil, ich glaub, es ist auch langweilig, wenn man die ganze Zeit auch noch zugucken kann, wie wir Perle spielen. Und failen. Ja, Cry of Fear ist halt geil, weil es hat noch keiner von uns durchgezockt oder annähernd überhaupt angezockt. Und, äh, das geht halt vier Player Corp, ja, und ist schon... Ich glaub, da gehen uns schon durch die Eier. Charaka, 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 Kaka, Kaka. Ja, wollen wir das machen? Okay, ja, dann würde ich sagen, ähm... Okay, wir sehen uns dann um 24 Uhr. Ja, ja, ist klar. Leute, bis nachher. Ne, halt, 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 ah, ah, Pumpe Lutsche. Ne, wir sind gleich wieder da in 10, 15 Minuten. Ähm, dann war's das jetzt erstmal für Payday und dann geht's gleich weiter mit Cry of Fear. Also, bis gleich, Leute.